Musik Jetzt zeige ich euch das Gebiss eines Röttchens. Ich habe das schon mal aufgemalt. Das ist der Oberkiefer. Man hat also oben 1-3 Schneidezähne. Dann kommt der Fangzahn, die vorderen Backenzähne und die hinteren Backenzähne. Und das gleiche ist natürlich im Unterkiefer auch nochmal genau die gleichen Zähne. Ja, das war es heute eigentlich schon von mir. Okay, wir sehen uns. Warte, ich mache das einmal ganz groß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017